Wir bauen als erstes den Stormbreaker und dann bauen wir die Attack Speed Items. Und dann mal gucken, ob das besser ist als die anderen, die ich gebaut hab. Digga, beide Games brauchen ne Bildspeicherfunktion, nervt mich mega. Ja, gab's doch bisher noch nie. Außer bei Paragon halt mit den Decks früher so, jo, aber... Die haben Sparrow und Muriel. Hier Mörder und Muriel, Flash Warrior. Ich muss sagen, Muriel gefällt mir hier bei Pratt nicht ganz so gut wie in... Wie in Overprime, allerdings kann man sie hier ein bisschen aggressiver spielen, was cool ist. Also hier macht die auch schon ordentlich Schaden, das find ich halt geil. Aber dieses Shielden und so, wie man Muriel halt normalerweise spielt, find ich in Overprime irgendwie geiler. Ja, guck, das mein' ich. Ah! Ich hab' den Last-Hit verschissen. Okay, Mayonnaise hat, äh, unseren Crunch getötet. Boah. Digga. Ich hab schon alle Tränke raus What? Digga, jetzt läuft das Minion Scheiß drauf Guck mal, die Muriel macht die Sparrow alleine kaputt So, wir müssen back, wir müssen back Wir müssen ganz dringend back Wo ist sie hin? Oh, sie ist rausgeblinkt wieder Oh, war das gut, Alter Oh, die Sparrow wird gleich wieder da sein Lol Oh, shit Grax Lol Digga, er ist einfach abgehauen Egal, ich muss back Aber der Gold-Buff steht jetzt da Das ist nicht gut Wo ist denn meine Muriel? Äh Okay, kann mir gerade den Bogen kaufen Ich hab den Bogen raus jetzt Oh, da sind zwei Leute so knapp weggekommen Aber egal, die haben auch keine Blinks mehr alle Das ist schon mal ganz gut Ja, Paragon war ja auch das Beste Ja, Paragon war halt am längsten entwickelt Wart mal ab, bis das Game Guck mal, wie Paragon in der Alpha war Ganz Anfang, am Anfang in der Alpha Das kannst du ja nicht vergleichen Die Games sind ja heute schon viel weiter Alter Ja, kommt halt ganken, wenn hier unser Tower gepusht wird gerade Das ist halt alles hier wahres Geld Komm Ja, sehr gut Hol dir den Kill Ich hab, weil ich musste mir Jetzt machen die den Gold-Buff schnell War ein guter Gang von der Faay Oh, du Muriel Du darfst es auch tanken, ne? Also alles cool So Der Raptor ist da Und wir haben da keinen Ward Aber ich geh jetzt einen stellen Weil ich hab noch einen übrig Gut Job, gut Job, gut Job So, hier war eine Contest gerade Im Jungle Digga, er nervt Kann man den, kann man den neu reporten Missing Enemy Mid-Lane Aber wir haben da viele Wads im Ripper Sollte also passen Ah, dieser Mistregenkerl Oh, Tess Steht da kein Ward mehr Da muss doch nur ein Ward stehen Nein Oh Muriel Wir haben wieder zu viele Minions Ne, wir müssen erst Wir müssen erst die Minions wegmachen In den Minions zu fighten Das ist immer selbst Mod Wenn die dazwischen stehen Vor allem diese Die Schießerminions Die müssen weg Erst die Schießerminions wegmachen Und dann fighten Dann klappt es auch in der Mitte Nachbarn Jetzt kommt die nächste Wave Ah 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 Oh Gott Oh Gott, war das Digga, warum? Warum? Alter, warum geht der Tau auf mich los? Achso, da sind keine Minions drin Oh, danke Muriel Ich Die Dings ist so davor rumgetanzt Das hat mich richtig verwirrt Können wir einen Raptor Ah, ne, Goldbuff machen Ich muss danach auch back Ich bin komplett neu in dem Genre Und traue mich noch nicht so ran an das Game Äh, was geht der Tau auf mich los? Was geht denn da nicht anzutrauen? Geht doch einfach Gut Was war das zweite Item, was ich bauen wollte? Der Skysplitter auf jeden Fall Äh, Skysplitter So Ich mein, jeder ist doch neu in dem Genre Außer Smite Gibt's doch kein anderes Spiel Was so ist Oder dieses Hunter Game Wie hieß denn das? Ach, du Scheiße Jo, sie wollte sie ulten Die Muriel ist so geil rausgeholtet Jo Jetzt holt sie mich Komm Komm, kill sie, kill sie, kill sie Kill sie, jawoll I like it, I like it Können wir Ach, scheiße, sind alle da Ja, sie muss zurück Dann Dann holen wir den Boy Oh, oh Ach, du Scheiße Kalari Zwinge mich nicht zu blinken jetzt Ich muss auch schon mal wieder back gehen Ich muss auch schon mal wieder back gehen jetzt Account heißt hinter mir Oh, war das ein geiler Move Sie ist voll in meine Mine geblinkt Die ist zu Fangtooth rotiert Vielleicht müssen wir da hingehen Jo, jetzt warte ich gerade noch 50 Ist noch 50 Yes, so Äh Wurde jetzt hier nix Nix aufstellen Oh Muriel, kannst du da helfen? Crunch kommt raus, sehr gut Gut Mein Tower rechts hat ein Problem Aber vielleicht kann ich mit der Muriel hier aufräumen Scheiße, da kommt der Sabrop Ich muss Ah, Grax ist da Okay Yes So geht's So Vielleicht können wir den Turm Ja Oh Leider nicht gebrochen mit der Ult Ist rausgegangen Scheiße, da ist die rausgegangen Jetzt kommt das auf Fangtooth's Turn Zwei Eins Oh, mal schön Das Ding dazu gemacht Oh, Sabrop wird kommen Und kein Jungler mit Smite da Geiser Lol, der guckt gar nicht hier hin Grox Hä, warum denn Surrendern? Es steht 12-5 So, jetzt den rechten Tower holen Oh, ich bin so blöd zum Treffen Gut Lass mal schnell backporten 50 Minions Warte mal Das Jungle Camp hier Ach, du Scheiße So, mehr wollte ich nicht Hör, die Kalari wirft noch ein Dolch hinterher Ich hab leider gar keinen Mana mehr Crunch kommt hier rüber Deswegen bleib ich noch kurz da Ich muss ja eh nur Auto-Tack Go, Crunch Double Kill Warte, da ist noch Farm Ähm Kommt da noch eine Wave? Ne, komm Jetzt ist die perfekte Zeit zum Zurückgehen Müsste jetzt sowieso ein Slowpush sein Multikill Kann nicht glänzen Ja, komm Ähm, was wollte ich bauen? Anstatt Terminus wollte ich bauen Den, den Dingensbogen Den hier Den Dust Devil Wie heißt der? Ist das nicht ein Staubsauger? Links muss gedefft werden Rechts ist aber Gequise Ich meine, Muriel kann ja zur Not nach Ulten Ach, die Scheiße Da hinten auch So, ne Scheiße Sieht die mich? Ist die Sparrow? Ne, die Sparrow hab ich gerade gekillt Blöde Sau Immerhin hast du keine Ulti mehr Wie sie direkt Panik gekriegt hat, Alter Ist abgehoben, Junge Wie so ein Feuchter Furz, ey Unglaublich Ich bin ein Sparrow Money, money, money I got love in my tummy Aber die Schaden am Tower mach ich nicht Kann die Muriel Hat die Muriel gar kein Wave Die Wie sie in den Weg springen will Nein Oh, geiles Schild Oh, baby Alter, ich liebe diese Muriel hier Digga 2800 Dollars Oder gerade noch Pushen sind noch drei tot Millions sind gerade da Dann weg Das Pushen, dann weg Äh, Raptor ist auch wieder da Dann kann ich auch einen Rückweg machen Oh, Muriel hat geklaut So, ich geh zurück Ich geh zurück Und, guck mal hier Ach du Scheiße Oh Jetzt bin ich das erste Mal gestiegen Da geht man schon zurück Ist trotzdem die falsche Entscheidung Digga Ähm, ich brauch jetzt den Crit Damage Ich brauch jetzt den Crit Damage Der Crit Damage war auf dem hier drauf Yo 650 150 Kann ich hier nichts anderes kaufen Ja, den Fangtooth wollte ich eben machen, Leute Dann bin ich auf dem Weg gestorben Was macht der? LOL Was war ein Biss? So Gib mir mal Vision Ich hab keine Vision mehr, okay Jetzt hätte ich den noch weggesniped Na gut, ich geh schnell zum Äh Raptor Red Buff ist nicht da Jo, danke Ja, du brauchst mich eigentlich nicht schielen Weil Ich hab, äh Bleibs hier Lebensraub Tschüss Wir sehen uns später Muriel Digga Digga Nein Ich hab zu schnell geschossen Ich hätte zielen sollen Ich dachte, die Vision ist gleich wieder weg Deswegen hab ich einfach abgedrückt Gold Buff ist da Ich mein, hier brauch ich ja eh nicht pushen Ich geh mal eine andere Lame pushen Ich mach den Gold Buff Geh nochmal back Und geh dann von der Mitte aus 800 Naja, scheiß drauf, komm Wir gehen direkt zur Mitte Dann holen wir uns den River Buff nochmal Das ist jetzt das zweite Mal, dass sie mir entwischt ist Mit ihrer Ulti Biu, 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 biu Biu, 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 biu Voll der Wallhack, Alter Biu, biu Nö Hahahaha Quacks, du kleiner Du kleiner Lurch, du Eigentlich sollten wir Prime machen Das wäre jetzt die bessere Entscheidung Aber Ich würde sagen YOLO Ich stelle hier ein Board hin Pass, Countess Ich habe immer noch Minus da drin Ich sehe sie hinter mir Sparrow Go, go, go Wenn mich einer schneller macht Die macht mich ja langsamer Sei es ihm gegönnt Dem Grux Warum müssen hier keiner mehr denn den Tower verteidigen So, und nun Countess Countess Countess, ich bin doch dein Frühstück Der ist weg Alter, ich sehe nichts Ich bin fast tot, Alter What the fuck Oh, wir haben noch einen T2 bekommen Äh Einfach Prime machen jetzt Einfach Prime machen jetzt Die ist rumgefeiltet da vorne Ja, jetzt einfach Prime machen Wir müssen doch sowieso back Jetzt Prime machen Dann haben wir es doch safe Es gibt Movement Speed Aber egal Oh Ich habe eh gedrückt Mitten in die Nässe rein Und jetzt Der Inip ist schon wieder da Also ich finde die Inips spawnen zu schnell Das ist wirklich zu schnell Der Red Buff da Nein Wo komme ich denn hier hin Wo komme ich denn durch Die pushen die Mitte durch Countess, hallo Das ist doch mal ordentlicher Schaden hier Kommt die anderen jetzt verteidigen Oder Ob ich die killen kann Wer weiß, was ich da jetzt getroffen habe Ist auf jeden Fall keiner gestorben Oh, oh, oh Nein, kommt nicht dran Oh, Kalari Oh, nein Ähm Jetzt den Den Ashbringer bauen, oder? Ignores Rüstung Ich wollte noch ein paar mehr Kills machen Jurel hätte mich da mal ruhig mal ulten können Aber guck mal wie Wie entschlossen das Gegnerteam fightet Die geben nicht auf Die sind standhaft Die kriegen bald schon noch unseren mit T1 Pass auf Aber von den Kills her ist gar nicht so viel Unterschied Es sind dann nicht mal 10 Kills Unterschied Guck mal, ob wir einen Red Buff noch haben Das sieht so aus zumindest Wir machen einfach die längste Runde, die es hier gab Achso, hier komme ich gar nicht durch Okay, die brauchen wir aber recht lang für den Fangtooth Muss ich da helfen? Vielleicht macht der Kwan schon so viel Schaden Alter, hallo? Jetzt bin ich tot Ah Das ist jetzt eh mein letztes Item Hm, jetzt ist nur noch Kalari da Don't finish Kill right Inhib Oh Du müssen alle sterben Stirb, Faye Komm Kalari, Kalari Oh nein, Stase Kalari, Kalari Oh, jetzt wird sie noch geultet Das gibt's doch gar nicht Kalari lebt noch Die hält sich voll und kommt wieder Pass auf, Kalari wird's machen Der Inhib ist wieder gespawnt Komm, Savarok, gib dein Bestes Ihr könnt's noch drehen Ihr könnt noch gewinnen Ihr könnt noch einen back-ulten, wenn die einen low machen Schau mal hier, die springen doch unseren Tower hier Die haben keine Minions Aber die brauchen ja auch keine Wie viel brauche ich denn für's Item? 2000 noch Kann seine Leben nicht sehen Ob ich den killen kann? Ah 2000 Ich will Full-Bild werden Ich will mein volles Bild ausprobieren Ich geh jetzt nur noch farmen Ich troll jetzt richtig Ich geh jetzt nur noch farmen Ich will jetzt noch Full-Bild werden Bisschen mich flamen, weil ich nicht Das Game finische Aber dann Ich lass den Gegnern auch immer eine Chance jetzt noch Ich farm jetzt noch 2000 Gold Noch 800 Und dann Dann versuchen wir einen Quadra-Kill zu machen Klingt das nach einem Deal? Na, guck, da ist wieder einer tot Hm So Das spawnt gleich wieder einen River-Buff Ich will mir fünf River-Buffs holen Wann spawnt der denn? Zwei Sekunden So Den anderen hole ich mir auch noch Dann bräuchte ich jetzt noch einen Red und einen Blue Aber vielleicht ist der Gegner Red-Buff da Noch ein Green Alter, krass Pass auf, jetzt hole ich mir deren Red-Buff noch Ich brauche eigentlich noch ein Level Scheiße, da ist kein Red-Buff mehr da Countess Aber die hat Angst vor mir Egal, ich brauche noch 300 Gold Ja, eins im Camp gibt nicht so viel So, das müsste reichen, oder? Ne, 2000, warte So, ja, da sterben sie alle Oh nein, der Grux Ich geh weg Das mach ich nicht mit Das mach ich nicht mit, sowas hier Der Grux ist mir zu stark Ich kann höchstens noch einen Ulten Nein, die verlieren den Inhib Komm, noch 18 Gold 16 Gold So, jetzt Jetzt sind wir Full-Bild So, jetzt können wir gehen Ich guck mal, ob ich den Prime jetzt Solo schaffe Full-Bild Murdoch Oh nein, die haben alle Inhibs kaputt gemacht Aber Sparrow kommt gleich wieder Wir testen jetzt mal, ob wir den Prime Solo schaffen Komm, wir nehmen mal so einen Buff Okay, der braucht noch 10 Sekunden Egal, wir testen einfach Boah Also, ich mach schon ordentlich Schaden Aber ich krieg wenig Leben Ach, du Scheiße Ne Ich krieg gar kein Lebens, äh, Dings Meint ihr, schafft die Sparrow da so low? Oh, guck mal da Ey Oh, die ist vorher gestorben Da kommt Sparrow Guck, guck Bei dem krieg ich viel mehr Leben dazu So, jetzt mach ich noch mal, äh Also, 6% mehr Schaden So, scheiß mal auf die Minions Warte mal Ich kann mir noch so einen Trank kaufen Warte mal All Items Wo sind denn die Tränke? Hä, wo, wo Warte mal Wo sind denn Hier? Nee Wie kommt man denn zu den Tränken? Bin ich doof? Hier Ah Physical Power und Omni-Vamp So, hab ich jetzt Ab geht's Wie lange hab ich das jetzt? So, können wir gegen Quadro-Kill machen Oder Pentakill Mit dem, mit dem, mit dem da fang ich an Ach du Scheiße So, erster Aua Hab noch Schaden bekommen Nein Nein Das war mein Pentakill Wer fehlt noch? Warum? Achso Okay Ne Achso, sind alle tot Oh, was für langweiler Oh, was für langweiler, Alter Ich geh Minions holen Nein, ich finischen Ich will den Prime Ich will den Prime noch machen Mach den Prime Nein Ich will den Prime machen Ich wollte auch einen Pentakill Der Crunch 1-11 Oh, wild Geil Die Muriel hat so gut gespielt, ey Richtig gut Viper Merkt euch die mal Die hat richtig gut gespielt Krass Ich will den Prime